Alle müssen fressen halten. Jetzt geht's mal. Ja, somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und auch lange ist her, mal wieder Dead by Daylight. Wo geht's dir lang? Hä, wir sind ja wieder alle beieinander. Das Team liegt einfach wild durcheinander. Folgt mir, folgt... Folgt dem Anschluss oder dem Generator. Das Team habe ich ausgewechselt. Schwieriges Skill-Checks. Diesmal haben wir hier einen Firestar dabei. Oh nein, Fluch ist drin, so ne Scheiße. Ist wieder alles Kacke. Ähm, und... Ja, Firestar ist dabei und ein Spast ist dabei. Hi! Damit hätten wir... Also ich hab schon 30 Prozent. Das ist schön, ich suche ein Totem. Äh, jetzt nicht mehr, jetzt ist er hochgegangen. Und ich habe ein Totem gefunden. Äh, warte mal, das ist doch kein Jammer... Aber ich weiß nicht von wem. Äh, warte mal, das ist das Jammer-Tor anwesend, oder? Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, es ist die Hexe. Es ist die Hexe. Es ist die Hexe. Und nein. Und... Denk dran! Ja, ich... Ich mach grad nen Fluch des Totem. Schaut mal, ob's jetzt weg ist. Äh, nein. Wirb nicht. Was? Ne, immer noch da. Ne. Oh, lol. Hi, was geht? Jenny. Ich geh hin, ich hol sie, ich hol sie. Vielleicht sollte ich mal Spiel deinstallieren und wieder installieren, vielleicht geht's da besser. Irgendwie sowas, Veit. Ja, weil ich immer häng, ich sterb immer. Schleichen, ne? Ich bin bei Chen, ich bin bei Chen. Wenn die ihre Macht macht, schleichen. Sie hat neben mir direkt keine Falle hingelegt, bloß zwischen Steinen. Äh, sah wo ich jetzt drin? Nein. Gar nicht. Das ist immer schön chillig. Boah, was ist das? Digga, was geht? Kommt auf, wenn man so hässliche Fotze da hingelaufen ist. Puh. Naja, ich weiß nicht, wie du meins. Du siehst genau gleich aus wie ich. Ja, ich hab ja nen Spiel geschehen. Das Spiel ist so, ah fuck. Oleg. 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 Gott ist jetzt schon wieder verfolgt. Oh nein, nein wird verfolgt. Ei, 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 ei. Also ein Generator wär schon geil. Wir schaffen ja. Ja, Jenny. Das hab ich gern gemacht für dich. Ich hasse die Hexe. Ich find die so OP. Ja, ich hasse viele Killer hier. Geil. Irgendwie ein fucking Totum. Das ist ironischerweise, hab ich einfach schon Totum gemacht. Sie setzt, sie setzt ne Falle im Busch Richtung Haus rein. Sie geht Richtung Haus, ins Haus rein. Dann komm ich von der anderen Seite. Ja, da steht keine Falle. Ah, die ist im Haus und ich glaub die kennen. Und so'n der ficktes Totem. Ja, die wird warten bis jemand da... Das gibt's doch nicht. Nö. Bestimmt so'n, äh... Sie ist weg, sie ist weg. Kein Totem. Da ist ein Totem. Huah! Huah! Fuck. Lack mich fett. Oh. Was für eine. Mich hat's nicht mehr betroffen und mich hat's gerissen. Was für eine. Was für eine. Nicht bewegen, ne ich bewegen. Oh nein, ich bin bei euch. Tja, scheiße. Oh. Hi. Ich trau' mich hier gar nicht so richtig zu sprinten. Noll, wir sind wir alle zu viel zusammen. Ehrlich? Echt? Ja, ich suche... Bei mir ist'n Generator. Ja, bei mir. Aber ich soll's den Generatoren, aber... Ich such das Totem, weil... Ohne... Wenn das Totem nicht... Das... Muss weg. Das hilft nix. Kann das eigentlich auch im Keller sein, das Totem? Nee, oder? Nein. Nee, das... Das wär' mal mega hart. Hui. Huiuiui. Da ist ne kaputtes... F***. Ja, leck mich doch! Aber die beamt sich irgendwie nicht. Also macht's relativ selten. Ja. Aber mich jetzt wundert's mich, dass sie mich erwischt hat, weil ich bin eigentlich geschlichen. Johnny, ich mach' den Generator weiter, den du angefangen hast. Ja, ja. Ich heil' mich grad. Ich hab' sie abgehend. Ich konnte sie zweimal stunnen. Ach, deswegen hat sie nicht... Äh... Ja, Jenny, ich helf' dir mal, weil... Ich find' das Totem nicht. Magst du suchst noch, oder? Ich schau' auf grad noch. Ich schau' auf grad noch. Ach, scheiß'n Dreck, sie ist bei mir. Oh, die war's alles kaputt. Ja, mit sich hab' ich zwei Paletten ruiniert. Hehehe. Oh, perfekt! Geil! Ich hab's geschafft. Irgendein fucking Fenster. Oh! Mann, hier sind keine Fenster. Fuck! Alter, hier ist nichts mehr! Zum Dreck! Ah, doch, da war's! Glaub' ich? Och, komm! Ich hab' noch'n Totem gefunden, es leuchtet aber nicht. Ja, das... Komm, Schatten, sie verfolgt mich noch. Nee, sie verfolgt mich noch. Komm, Mann! Nee! Jawoll! Oh, es hat mich verloren! Ah, hi Jenny! Hi! Dann ist'n Generator. Versuchen wir's einfach, oder? Ja! Ja, es hilft. Um zu dritt dürfte es gehen, oder? Ja, vor allem, ich hab' ja die Perks von Dwight dran gestrickt. Oh, shit. Verfolgst du dich immer noch? Ja. Das ist gut, weil wir machen grad zu dritten Generator und das geht relativ zackig. Oh, fuck! Ah, shit, 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 shit! Alter! Jetzt bin ich mit... Ach, kommt schon, Leute! Kommt schon! Ich hab's abgehängt! Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Alter, ich hab' so lang, ich hab' keinen fucking Generator geschafft. Ey, der Fluch ist drin, Digga! Oh, Alter. Es geht jedes Mal, wenn... Es war echt lang. Aber wir haben's'n Dreiviertel gemacht und verflucht dann. Oh, perfekt! Ich hab' perfekt geschafft wieder! Jawoll! Oh, nein, direkt hin. Oh, ne! Geht's los. Boah! Oh, shit! Ich hab' Verfluchte gefunden! Nein! Wo ist das denn? Hahaha, gestand! Aber, aber sie hat sich nicht gebeamt. Ich mach' einfach. Weil sie sich nicht gebeamt hat. Es ist weg! Geil! Ah! Ah, ich bin in deiner Nähe! Oh, Gott sei Dank! Fuckin' Shitwing hell! Alter, das! Wo ist noch ein Generator? Ah, scheiße! Sie geht weg, sie geht Richtung dem, der grad von dem Generator schnell wegläuft! Naja! Der hinterm Haus ist! Naja! Durchs Haus durchrett! Oh, shit! Das bin ich! Ja, aber du bist direkt rein hier! Ja, du kannst mich... Kannst mich holen! Du kannst mich holen! Du kannst mich holen! Kommen wir mal mit! Ich fang' den Generator an! Wo bist du? Ich glaub, wo wir am Anfang gesprungen sind! Jan, du hör' den Lauf gerade! Jetzt gerade! Ja, genau! Genau! Ich schmeiß' gleich ne Palette und dann kommt sie zu uns! Äh, sie ist eh bei uns! Sie ist bei uns! Das ist sehr gut! Bei dem kaputtem Haus! Weil wir machen... Ja, genau! Gut! Dann machen wir noch nen Generator! Oh, komm! Ist sie bei dir oder was? Ja, natürlich! Ich hab' ne Falle ausgelöst! Sie kommt... nicht zu mir! Toll! Zum nächsten gleich, oder? Naja! Wohin? Äh, im Haus! Im Haus! Im Haus! Im Haus! Ich schau' mal kurz, ob da vielleicht ne gute... Bei euch im Haus! Ja, im Haus! Ja, ja, ja! Ich bin auch da! Oder Max, kannst du die Jenny holen versuchen? Ich hab' ne Falle hingelegt! Rechts neben mir! Rechts neben mir! Muss man schleichen oder geht auch gehen einfach? Ne, schleichen! Oder schleichen! Schleichen! Sie ist da, sie ist da, sie ist da! Sie ist bei uns! Bei mir ist sie weg! Läuft sie dir hinterher? Ja, sie... Ich bin wahrscheinlich tot! Ja, ich renne jetzt wieder in ein Haus rein! Das ist Max von der Seite, wo du jetzt kommst! Genau da! Oh, das war jetzt... Ich hab' doch gesagt, ich lauf' in den Haus rein! Ist das so? Genau! Jetzt! Ja! Ach shit! Warum bleibst du beim Generator? Das macht man nicht! Ich bin grad so durch die Gegend gelaufen! Ja, aus dem Haus raus und dann wieder rein zum Generator! Ja, weil da ein Fenster war! Ja, aber du weißt doch, dass wir den Generator machen! Ja, egal! Es gibt so Spielregeln, die... Ja! War da hinten noch irgendwo ein Generator? Hm! Ich bin tot! Keine Ahnung! Die will jetzt den Generator ab-aimeln wahrscheinlich, oder? Habt ihr einen anderen Generator? Ja, wir suchen jetzt! Was? Weißt du... Ich glaub' es sind sogar... Kann es sein, dass es zwei Generatoren im Haus sind? Äh... Da war noch einer in der Nähe! Ich glaub' draußen am Haus müsste noch in der Nähe einer sein! Und in der Scheune dran? Uah! Fuck! Hat sie dich? Nee... Nur dieses... Komm ich mit denen! Ich darf wieder reingehen! Also Max, in der Scheune ist einer! Ja, hab ich auch gesehen, aber... Sie kommt! Sie kommt! Ich hab sie ausgelöst! Sie weiß, dass sie dran! Ich mach den im Haus weiter! Ja! Mach! Herzklopfen bei mir! Ist sie in der Scheune drin? Ja! Gott sei Dank! Sie hat nicht in meinen Schrank reingeschaut! Er ist ungefähr bei 70% mit dem Generator! Ist wieder weg! Sie hat eine Falle gelegt beim Eingang! 80! Vorsicht! Da ist eine Falle! Nein, sie kommt zu mir! Das gibt's doch nicht! Nein! Ich war bei 90%! So ne Scheiße! 90%! So ne Scheiße! Ja! Aber du hast es noch kaputt gemacht! Ja... Ja, weil ich dann loslassen musste, um weg zu rennen! Ja! Gut, dann lauf ich jetzt schnell zu deinem Generator! Aber die hat mich verloren! Die geht zurück wahrscheinlich! Ah, scheiße! Ich heil mich gerade! Ja, dann... Ja gut! Ja, dann mach mal zwei... Mach zwei Generatoren! Weil ich werde versuchen den fertig zu machen! Ja, ich helfe dir dann! Ich höre Herzklopfen! Ja, sie ist noch im Haus! Sie schaut rum! Sie schaut in den Schrank! Das ist in dem Haus, wo man eigentlich gerade ist! Denk eigentlich gerade in Berlin, ne? Also bei der... In welchem Haus? In meinem Haus! Ja, ja! Sie kämpft da ja noch rum, ja! Immer noch! Ja! Immer noch! Sie läuft langsam weg vom Haus! Läuft Richtung... Ne, nicht Jenny! Läuft in die andere Richtung! Ich lauf schon mal Richtung Ausgang! Ich habe 90 Prozent! Ich lauf zum Ausgang! Ja, ich bin auch dort! Ich geh kurz Ende auch! Hm, mach das! So! Ich fang schon mal an! Ich fang auch schon mal an! Ich fang auch schon mal an! Jenny, kannst du zu beiden Ausgängen kommen! Sie kommt zu meinem Ausgang! Gott, bin ich gerade nervös! Also meine ist zu 99 Prozent offen! Sie lässt es von mir weg! Also wenn ihr noch... Der andere Ausgang ist offen! Mach, mach, mach komplett auf! Ich bin bei deinem Ausgang! Ist offen! Genau beim anderen! Nein! Der ist aber bei 80 Prozent! Wenn... Ja, wenn... Könntest... Warte, lass mich dich halten! Die Punkte! Ja, geil! Wenn sie zu uns kommt, du kannst es gleich offen! Der ist schnell offen! Scheiße! Ja! Ich habe gesagt, ich werde verfolgt! Achso! Nicht gehört! Hingst du schonmal? Ist das komisch, dass sie gut läuft? Ja, ja! Ich bin tot! Ach! Schaffst du es noch zum Ausgang zu uns? Ne, oder? Ne, ja, ja! Oh, da komme ich drüber! Ui! Weißt du auch, wo das ist? Ungefähr, ja! Warte, ich mach mal... Oh, lol! Ich glaube, sie hat mich verloren! Ich habe mal ein Geräusch gemacht! Hast du das gesehen? Ich sehe den Ausgang! Ja! Komm! Ich fang hit! Wat? Da vorne stehen wir! Nicht rausgehen! Nicht rausgehen! Nicht rausgehen! Ehh! Pipauma! Raus, 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 raus! Wohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Wieso schreist du immer so? Ja, ich weiß es nicht. Ich hab halt das Bedürfnis danach. Oh, zwei Ränge aufgestiegen. Ach du Scheiße. Geil. Level 20, jetzt haben wir richtig Glück für die Killern. Das war aber ne gute Runde für alle irgendwie. Von den Punkten her. Ja, von den Punkten her, ja. War ne richtig gute Runde, ja. Ausgewogene Runden machen am meisten Spaß. Wenn einfach jeder was davon hat. Trotz Fluch. Hey Jenny, du hast am meisten Punkte. Holy moly. Ja. Das ging richtig ab. Naja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja. Da sehen wir uns vielleicht in der nächsten Runde oder halt im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.